Bing und Bong, kleine Helden aus dem All, Spannung jeden Tag, von zuhause ins All. Bing und Bong, ein Planet, der ruft nach euch, ein neuer toller Tag, wir sind fast schon da. Hallo, Helden ruft Bing und Bong. Heute solltet ihr die Geburtstagsparty von Anna Hüpfer auf dem kleinen Planeten Du und Ich besuchen. Benutzt alles, was ihr habt, um dorthin zu kommen. Gute Reise, Bing und Bong! Oh je, sie haben das Boot verpasst. Jetzt kommen sie bestimmt zu spät zur Party. Gute Reise, Gute Reise, Gute Reise. Tolle Idee, Bing. Du kannst die Rollschuhe als Räder benutzen. Oh, der arme Bing sieht schon ganz erschöpft aus. Gute Reise, 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 Gute Re Das ist schon viel besser. Der Drachen zieht die Bank. Und Bing muss sich nicht so anstrengen. Hm, der Wind ist nicht stark genug. Jetzt fliegt der Drachen nicht mehr. Bing und Bong sitzen fest. Guckt mal, jetzt treibt der Ventilator den Drachen an. Die Arme, Anna Hüpfer. Die Gäste kommen alle viel zu spät zu ihrem Geburtstagsfest. Eine Bank, die fahren kann. Aus den Geschenken, die die Gäste mitgebracht haben. Hurra! Was für ein tolles Fest! Ein Rollschuh ist ein Rollschuh und ein Drachen schläft ein Drachen. Außer du hast die Idee daraus, was Tolles dir zu machen. Mit einer Bank und diesen Sachen rollst du davon und hast viel zu lachen. Auf Wiedersehen, Bing. Auf Wiedersehen, Bong. Halli verabschiedet sich. Bing und Bong. kleine Helden aus dem All, Spannung jeden Tag, von zuhause ins All. Bing und Bong. Ein Planet, der ruft nach euch, ein neuer toller Tag. Wir sind fast schon da.